In diesem Video schauen wir uns zwei wichtige Formeln zum Impuls und zum Drehimpuls von Teilchensystemen an. Diese Formeln gelten dann natürlich für alle möglichen Teilchensysteme, sie werden aber meistens auf starre Körper angewendet. Das heißt du kannst dir für dieses Video dieses Teilchensystem als irgendeinen Festkörper vorstellen, also zum Beispiel als einen Stein oder als einen Ball. So ein Festkörper besteht ja auch nur aus einzelnen Atomen, aus einzelnen Teilchen und ist deswegen auch nur ein Teilchensystem. Bevor wir uns jetzt gleich diese beiden Formeln anschauen werden, wiederholen wir nochmal das Wichtigste zum Schwerpunkt und zum Schwerpunktsystem. Den Schwerpunkt von einem Teilchensystem, den bezeichnen wir mit RS und den kann man mit dieser Formel berechnen. M, das ist einfach die Gesamtmasse vom Teilchensystem. Unter dem Schwerpunktsystem verstehen wir das Koordinatensystem, dessen Ursprung im Schwerpunkt des Teilchensystems ist. Das heißt dieses Schwerpunktsystem, das bewegt sich mit diesem Teilchensystem mit. Wenn man jetzt so einen Ortsvektor ri vom Teilchen i im Schwerpunktsystem berechnen möchte, dann muss man diese Formel verwenden. Diese Formel, die sieht man sofort, wenn man sich diese drei Vektoren ansieht. So also das wäre nochmal das Wichtigste zum Schwerpunkt und zum Schwerpunktsystem. Fangen wir jetzt an mit der Formel für den Gesamtimpuls des Teilchensystems. Diese Formel, die lautet folgendermaßen, der Gesamtimpuls b ist gleich die Gesamtmasse m des Teilchensystems mal der Schwerpunktsgeschwindigkeit. Das heißt anders gesagt, dass der Gesamtimpuls von so einem Teilchensystem in der Schwerpunktsbewegung drinsteckt. Wenn wir also irgendeinen Festkörper, zum Beispiel einen Ball haben, der Schwerpunkt des Balls, der bewegt sich mit irgendeiner Geschwindigkeit in diese Richtung, dann können wir theoretisch diesen Ball ersetzen durch eine Punktmasse, die sich auch in diese Richtung bewegt. Und diese beiden Objekte, die hätten den gleichen Impuls. Es wäre jetzt also zum Beispiel egal, ob dieser Ball um den Schwerpunkt rotiert, das verändert nichts am Gesamtimpuls, weil diese Rotation um den Schwerpunkt, die verändert nichts am Schwerpunkt. Also der gesamte Impuls steckt nur in der Schwerpunktsbewegung und nicht in der Bewegung um den Schwerpunkt dieses Teilchensystems. Schauen wir uns jetzt an, wie wir diese Formel beweisen können. Fangen wir an mit der Definition des Gesamtimpulsers. Der Gesamtimpuls B, der ist ganz einfach die Summe über alle Einzelimpulse Bi und wir summieren über die einzelnen Teilchen I. Bi, das ist der Impuls des Teilchens I. Diesen Impuls Bi vom Teilchen I können wir mit dieser Formel berechnen. Ist ganz einfach Mi, Masse vom Teilchen I, mal der Geschwindigkeit des Teilchens I. Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung vom Ortsvektor. Und diese Ableitung, die können wir zuerst mal vor die Masse ziehen, weil die Masse ist einfach nur eine Konstante. Und dann können wir diese Ableitung noch vor die Summe rausziehen. Das sieht dann so aus. So und wenn du dir jetzt ansiehst, was hier in dieser Ableitung drin steht, das hier, das ist nichts anderes als das hier oben. Das heißt, wir können das hier, wenn wir das 1 durch m auf diese Seite der Gleichung bringen, wir können das hier ersetzen durch m mal rs. Das haben wir hier genau gemacht. Dann steht hier, statt dem hier, die erste Ableitung von m der Gesamtmasse mal der Koordinate des Schwerpunkts. So und m, die Gesamtmasse, ist jetzt wieder nur eine Konstante. Das heißt, wir können diese Ableitung bei der Gesamtmasse vorbeiziehen und dann kommt das raus. Die Gesamtmasse m mal der ersten Ableitung von der Schwerpunktskoordinate. Also genau diese Formel, die wir hier oben zeigen wollen. So kann man diese Formel ganz einfach beweisen. Schauen wir uns die zweite Formel an. Da geht es jetzt um den Gesamtdrehimpuls von diesem Teilchensystem. Der Gesamtdrehimpuls, der kann nämlich aufgespalten werden in zwei Anteile. Schauen wir uns diese Anteile mal an. Der erste Anteil, das ist der Drehimpuls, der in der Schwerpunktsbewegung drin steckt. Wir haben hier wieder die Gesamtmasse m und den Schwerpunktvektor und die Schwerpunktsgeschwindigkeit. Das ist einfach die Formel für den Drehimpuls, der in der Schwerpunktsbewegung drin steckt. Und dann noch der zweite Anteil, das ist der Anteil, der in der Bewegung des Teilchensystems um den Schwerpunkt drinnen steckt. Du siehst, wenn wir uns diesen zweiten Anteil ausrechnen, dann befinden wir uns im Schwerpunktsystem. Das heißt, wir rechnen uns hier den Gesamtdrehimpuls aus Sicht des Schwerpunktsystems aus. Also das ist der Drehimpuls der Bewegung um den Schwerpunkt. Man kann sich diese beiden Anteile des Gesamtdrehimpulsers ganz einfach vorstellen, wenn man sich die Bewegung der Erde um die Sonne anschaut. Unser Teilchensystem ist jetzt die Erde. Die Erde ist ein Festkörper und deswegen ein Teilchensystem. Und die Erde, die kreist um die Sonne und sie rotiert gleichzeitig um ihre eigene Achse. Und das sind genau die beiden Anteile des Gesamtdrehimpulsers. Der Drehimpuls der Schwerpunktsbewegung, das ist der Drehimpuls der Bewegung der Erde um die Sonne. Und der Drehimpuls um den Schwerpunkt, das ist die Rotation der Erde um ihre eigene Achse. Also so kann man sich diese beiden Anteile vorstellen. Schauen wir uns jetzt zum Schluss noch schnell an, wie wir diese Formel beweisen können. Wir fangen wieder an mit der Definition des Gesamtdrehimpulsers. Der Gesamtdrehimpuls ist die Summe über die einzelne Drehimpulse der einzelnen Teilchen und wir summieren über alle Teilchen i. Jetzt ersetzen wir diese Ortsvektoren ri und ri. mit Hilfe von dieser grünen Formel hier oben. Und zwar wir formeln diese Formel um auf ri. ri ist ja ganz einfach ri aus Sicht des Schwerpunktsystems plus rs. Und ri. ist ganz einfach ris. plus rs. Diese beiden Formeln, die setzen wir jetzt hier unten ein und dann erhalten wir diesen Ausdruck. Wir haben jetzt hier ris plus rs, kreuz rispunkt plus rspunkt. So und jetzt multiplizieren wir dieses Kreuzprodukt aus. Also das mal dem, das mal dem, das mal dem und das mal dem. Das heißt wir erhalten insgesamt vier Therme und das Ganze sieht dann so aus. Diese vier Therme, die kann man jetzt noch weiter vereinfachen und dann kommt das dabei raus. Wir schauen uns jetzt an, wie wir von hier oben auf hier unten kommen. Wie du sehen kannst, der erste Term, der bleibt ganz einfach stehen. Bei diesem zweiten Term können wir dieses rs, kreuz rspunkt, vor die Summe rausziehen. Das liegt daran, da in diesem Kreuzprodukt nirgendwo ein i vorkommt. Deswegen kann man es vor die Summe rausziehen. Dann steht nur noch da, die Summe über alle einzelnen Massen mi und das ist genau die Gesamtmasse m. Das heißt wir erhalten m mal diesen Kreuzprodukt, das wir vor die Summe rausgezogen haben. So und diese beiden hinteren Terme, die sind ganz einfach null. Schauen wir uns zuerst mal diesen ersten Term an und hier können wir jetzt, weil rspunkt nicht von i abhängt, das rspunkt rausheben. Dann steht folgendes da, hier steht dann die Summe mi r i s und wir haben jetzt das Kreuz rspunkt vor die Summe rausgehoben. So und jetzt schauen wir uns diesen Ausdruck hier mal genauer an. Wenn du dir diese Form hier oben ansiehst, dann erkennst du, dass wir uns mit dieser Summe eigentlich nichts anderes ausrechnen als m mal den Schwerpunktvektor rs. Wie du aber hier sehen kannst, rechnen wir uns ja diesen Schwerpunktvektor aus Sicht des Schwerpunktsystems aus. Und naja, der Schwerpunktvektor im Schwerpunktsystem ist natürlich der Nullvektor, weil der Schwerpunkt ist im Ursprung des Schwerpunktsystems. Das heißt, rs aus Sicht des Schwerpunktsystems ist ganz einfach Null. Und deswegen ist dieser ganze Klammerausdruck hier Null, deswegen ist das ganze Kreuzprodukt Null und deswegen ist dieser Term hier Null. Du könntest auch alternativ einfach für das hier, diese grüne Formel einsetzen, dann würdest du auch sehen, dass das Ganze Null ist. So etwas ähnliches können wir jetzt nochmal für diese Summe machen. Hier können wir jetzt dieses rs vor die Summe rausziehen, weil rs nicht von i abhängt und weil für das Kreuzprodukt das Distributivgesetz gilt. Das heißt, dann steht hier rs kreuz der Summe über mi ris Punkt. So und jetzt können wir diese Ableitung noch bei der Masse vorbeiziehen und vor die Summe rausziehen. Und dann steht hier im Endeffekt wieder nichts anderes als die Ableitung von der Summe von mi mal ris, genau wie hier oben und das ist Null. Und deswegen ist auch dieser Term hier Null und es kommt also tatsächlich das hier unten raus. So und jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Du kannst eben erkennen, dass diese erste Summe hier, das ist der Drehimpuls um den Schwerpunkt. Und dieser zweite Term hier, das ist genau der Drehimpuls der Schwerpunktsbewegung. Und wir haben jetzt also genau diese Form hier gezeigt. Im nächsten Video werden wir dann noch sehen, dass wir die kinetische Energie von so einem Teilchensystem auch genau so aufspalten können. Den Link zur Playlist, wo du dieses Video finden kannst, den findest du jetzt noch unten in der Videobeschreibung.